Musik Die Länderspielpause ist vorbei und jetzt wartet der nächste Kracher auf uns. Wir treffen auf unseren absoluten Erzrivalen, Tabellenführer St. Pauli. Ihr wisst, dass es bei diesem Aufeinandertreffen sowohl auf als auch neben dem Platz immer zur Sache geht. Seit den 90er Jahren sind die beiden Vereine verfeindet, sei es Pyroshows, Auseinandersetzungen, Ausschreitungen. Deshalb ist dieses Duell eines der hitzigsten im deutschen Fußball. Wenn wir uns die Head-to-Head-Statistik anschauen, dann seht ihr schon, was Sache ist. 22 Mal haben wir seit 1992 gegeneinander gespielt und es gab noch kein Unentschieden. Spricht für dieses besondere Etwas. 12 Mal hat unser FC Hansa gewonnen. Damals noch zu Bundesliga-Zeiten die Oberhand gehabt. Aber mittlerweile muss man gestehen, kommen die Paulis ein bisschen ran. 10 Siege haben sie auf ihrer Seite. Und dazu kommt eben noch, dass sie einen Lauf haben. Seit 18 Zweitligaspielen, saisonübergreifend, ungeschlagen. Es wird Zeit, dass wir es ändern. Irgendwann muss so eine Serie mal reißen. Was ein bisschen Mut macht, sind auch die letzten Partien. Gegen Magdeburg haben wir das Spiel gedreht. 2 zu 1 gewonnen. Klar, spielerisch ist das noch nicht das Gelbe vom Ei. Durch einen Weltklasse. Markus Kolke, auf ihn kommt es wieder an. Genauso wie beim 0 zu 0 gegen Hertha. Es wird eine richtig schwierige Aufgabe. Falls ihr euch fragt, was ich so in der Länderspielpause gemacht habe. Ich bin mal wieder an einem sehr, sehr schönen Ort gewesen. Den ihr alle kennt. Einer der beliebtesten Urlaubsorte Deutschlands. Wo genau ich war, seht ihr jetzt. In Warnemünde. Und ich habe Hunger. Will was Gutes essen. Was genau es sein wird, werdet ihr gleich sehen. Nicht das beste Wetter. Trotzdem immer stabil hier zu sein. Musik Einmal müssen wir aber noch zum Leuchtturm. Raue Brise, wie man es kennt. Schöner Wind. Boah, ich fliege gleich noch ins Wasser. Alter, wow. Okay, ja, was wollte ich sagen, Leute? Ich wollte irgendwas sagen. Was für uns spricht. Die beiden letzten Heimspiele gegen Pauli haben wir jeweils zu Null gewonnen. Einmal 2-0. Damals mit dem legendären Fallrückzieher von Johnny. John Verhoog in das Herz von den Paulis. Und davor auch noch das schöne 20-30-Spiel. Im Flutlicht mit 1-0 gewonnen. NN7 der Torschütze. Es ist angerichtet für einen geilen Spieltag gegen unseren Erzrivalen. Eigentlich müssen wir auch noch bei irgendeinem Heimspiel mal hier oben rauf. Da hinten der schöne Ostseestrand. Einfach geradeaus. Ich kann den Broiler schon riechen, Leute. Da ist sie, die legendäre Broiler war. Mein Opa, meine Mutter, damals schon essen gegangen. Zu DDR-Zeiten. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, heute mal hier was zu essen. Da drehen sie schon eine Runde für uns. Eine Ehrenrunde. Weißt du, was Opa wieder gesagt hätte? Schmeckt aber nicht mehr so wie früher hier. Nein, Spaß beiseite. Das ist immer noch gut. Bei mir gibt es den halben Broiler mit Pustasauce. Und dazu ganz wichtig, Curry-Mayo. Essen ist bestellt. Mit der Aussicht würde es glaube ich gleich doppelt so gut schmecken. Die Fähre mit drauf. Also ich wurde ja korrigiert, dass die Fähre mittlerweile nach Dänemark fährt. Früher sind wir mit der Scandlines immer nach Schweden. Trelleburg habe ich euch ja schon tausendmal erzählt. Das ging schnell. Und da die Curry-Mayo. Der erste Rissen ins Glück. Ausgezeichnet. 9 von 10. André weiß auch Bescheid. Ist auch immer hier. Hier könnt ihr ihn regelmäßig antreffen. Nein, grüß deinen André. So. Und jetzt gehen wir rüber zum Nachtisch. Erst der Broiler, dann die Vitamin-Orangen-Eisschale. Und so seid ihr in der DDR groß geworden. Genau. Das müsst ihr euch wegdenken. Und so sieht die dann aus eigentlich. Ja. Lecker schmecker. Knusprig-Frisch. Gut gefüllt geht's jetzt nochmal an den Strand. Unsere Heimat ist der Ostsee-Strand. Ein Motto gibt es für diesen Spieltag. Wir wollen Ostsee-Fußball sehen. Grüße an Lars und Bär. Ihr wisst Bescheid. Der Sand in die Augen. Das nehmen wir in Kauf für die drei Punkte. Wenn Pauli nach Rostock muss, da haben die immer Angst. Die letzten zwei Heimspiele haben es gezeigt. Andersrum, wenn es für uns nach Hamburg geht, da haben wir meistens das Nachsehen. Bedeutet, drei Punkte im Ostsee-Stadion sind so gut wie sicher. Ab geht's. Zurück. Sogar die Sonne lässt sie noch blicken. Ist das ein Zeichen? Sie kommt raus. So Leute. Matchday. Der Tag der Tage. Ich habe euch ja auf Instagram gefragt, ob ich wirklich dieses Trikot anziehen soll. Und die Mehrheit war dafür. Eigentlich wollte ich es nicht tun. Ja, heute im knalligen Orange mit einigen Unterschriften. Gefährlich, gefährlich. Moin, moin, moin. So, Trikot ist angezogen. Bastian aus Schipka drauf. Ich wollte ja eigentlich nicht anziehen. Er war ja erst bei Hansa und dann auch bei Pauli. Mit seiner Unterschrift drauf. Ja, damals ist man noch nicht davon ausgegangen, dass er zu den Paulis geht. Gut, kannst nichts machen. Eventuell bringt uns das einen Sieg oder ein Unentschieden. Hauptsache nicht verlieren. Guck mal. Gute Kielmann drauf. Ja. Deine Einschätzung zum Spielen? Mein Tipp heute ist knappe 2 zu 1. Du bist ja der Glücksbringer normalerweise. Eigentlich ja. Die Tore machen heute, ich hoffe, in Hülsing und vielleicht Privéren. Wenn er spielt? Wenn er spielt, ja. Was sagst du? Also ich sage ein 1-0, knappes und auch hoffentlich verdient. Wir spielen gut. Ja, man muss natürlich sagen, es wird eine harte Aufgabe, aber in unserem Ostsee-Stadion ist alles möglich. Patrick, unser Fahrer. Wir haben getippt oder ich habe getippt auf Hansa. Also wir müssen auf jeden Fall gewinnen und ich habe auch ein gutes Gefühl, weil Pauli liegt uns. Ja, 2 zu 1. Dann kann was gehen. Grüße an die Frau eben, die hier langgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob sie HSV-Fan ist, Pauli-Fan. Aber war ein bisschen witzig, dass sie da reingelabert hat. Was hast du denn gesagt? Mutig, dass wir hier mit Hansa-Sachen und so rumlaufen. Auf nach Rostock. Passend zum Trikot pfeife ich mir jetzt eine Mandarine rein. Lecker, schön Vitamine. Man muss sich auch mal gesund ernähren. Nachbuchs-Weihnachtliche Stimmung. Vor uns gerade ein Bus mit Polizeischutz. Wir munkeln gerade. Ist das die Mannschaft auf Undercover von den Paulis oder sind es die Fans? Würde du folgen oder was? Braucht man dazu was sagen? So kommst du nach Rostock reingefahren. Angekommen in Rostock und was uns während der Autofahrt noch eingefallen ist, die Freundschaftsspiele haben wir gar nicht erwähnt. 2 zu 1 gewonnen gegen Werder Bremen. Das lief. Kröger hat sich gezeigt. Simon Rhein, den wollen wir alle sehen. Safe, ja. Freistoß vorgemacht gegen Bremen. Und wer war noch gut? Hüsing. Hüsing. Ja, Pauli tatsächlich verloren im Testspiel gegen Braunschweig. Moin. Ey, der Lehrer, der gute alte, gute Hansa-Berste. Wie geht's? Ja, so, endlich mal wieder unter einheimischen Fans. Das war ja auch Magdeburg. Warst du dabei? Ja, auch unter lauter Magdeburg. Musstest du auch zurückhalten ein bisschen? Ja, natürlich. Weil ich hatte den Bär immer so ein bisschen gute Stimmung gemacht. Zum anderen hatten wir auch alle Mitleid mit dem Bär, weil naja, wir haben ihn geführt. Aber nachher haben wir auch gesagt, hey Bär, Stadion verboten. Also angespannte Stimmung, ja? Ja, ja. Ich hab dann auch gleich weggesteckt. Und dann hab ich gesagt, okay. Aber egal, war der Glücksbringer. Ja. Und heute gegen Pauli? Tja, wir hoffen, dass da irgendwas geht, ja? Also irgendwann müssen wir auch mal verlieren, tendenziell. Wir sind realistisch. Ja, wir sind. Mit einem Punkt kann man leben. Unbedingt. Aber ein Sieg wäre geiler. Ja. Ich hab auch ganz viele HSV-Fans bei uns auch an der Schule, neben den vielen Hansa-Fans. Ja. Und die haben natürlich gesagt, wir drücken den Hansa ganz die Daumen. Größer an alle, ne? Und der Glücksbär hat wieder sein richtiges Trikot an. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, Pauli, eigentlich die erste Niederlage, aber eben in den Pflichtspielen sind sie noch ungeschlagen. Und haben ja auch nicht mit voller Kapelle gegen Braunschweig gespielt. Trotzdem macht das Spiel gegen Bremen Mut. Und die Jungs können es ja eigentlich, wenn sie wollen. Und die richtigen Spiele auf dem Platz stehen. Ingelsson, fünfte gelbe Karte, wird mal eine kleine Denkpause bekommen. Da könnte so ein Pröger reinrutschen. Nehmen wir mit. Oh, gerade am Einkaufen. Und was fährt da lang? Ich weiß es auch nicht. Könnt ihr mir es beantworten. Auf Hansa. Wir wollen kein Bunker-Fußball sehen. Ostsee-Fußball. Nimm ein bisschen Hansa. Prost. Ja, ich trinke nichts. Ich bin vorbildlich hier. Unser Fahrer. Ist auch nicht gut. Naja, genau. Der Gang ins Ostsee-Stadion. Seid ihr motiviert? Yes. Mit breiter Brust. Gleich geschafft. Da hinten füllt sich so ein bisschen. Der Rauch steigt empor. Wir wollen gleich noch einen Abstecher machen in den Rewe. Da warten wir auf die Oldschooler. Die Hagenoer, oder? Ne, Rippnitzer. Rippnitzer, genau. Das kommt böse. Mit der Sonne. Die Sonne kommt raus. Der Rauch. Boah. Hey, hey. Hey, Max. Moin. Hallo, Seppi. Ach, bist du gar nicht mit Antje heute? Mann, geht das so, ja, ne? Ja, ja. Max, moin. Seppi mit seiner Expertenmeinung. Hau mal raus. Ich hab heute Morgen eine geraucht in der Küche, da hab ich gesehen, dass Stadt am Himmel 1-0 spielt. Da oben ist einer. Da oben ist einer. Das ist so viel, Leute. Irgendwann muss doch auch wieder dran sein. Genauso wie irgendwann muss eine Niederlage kommen, Leute. Also für Pauli. Richtig. Es kann ja nicht sein, die können doch nicht ungeschlagen bleiben. Ich hab dir gesagt, die sind dran. Die sind fällig. Die sind fällig. Die wissen gar nicht, dass das heute in Rostock passiert. Weihnachtlich schon eingestimmt. Harry weiß Bescheid. Wir wollen jetzt noch ein bisschen was besorgen. Ja. Stimmung ist noch gut. Ja, sehr gut. Sehr gut. So meine eine Dose, die bewährt sich. Muss man dann auch machen. Wer den Penny nicht ehrt. Ja, das Geld ist nicht wert. Hier ist die Hansa-Dose. Ich dachte, die wäre leer. Die hätten wir auch gleich noch abgeben können. Dann hätten wir 50 Cent. Nein, die kannst du ja nicht abgeben wegen Hansa. Das kann ich auch nicht mitnehmen. Seppi. Hier. Für dich. Seppi hat heute einen guten Tag ausgegeben. Unentschieden, okay. Beste Defensive der Liga. Pauli, Platz 1. Und wenn wir schon bei der Tabelle sind. Unser FC Hansa auf 13. Wir könnten einen ordentlichen Sprung machen. Mit 16 Punkten sollten wir ein bisschen was zählbares mitnehmen. Platz 17, 18 ist noch in weiter Ferne. Und das wäre gut, wenn da ein paar Punkte dazukommen. Pauli, wie gesagt, auf 1, 27 Punkte. Ungeschlagen. Harry führt uns. Zum Sieg. Und er kennt den Weg. Also wenn das heute klappt, Harry, dann laufen wir jetzt immer hier lang. Ja, dann müssen wir echt hier lang. Ein bisschen noch. Wollen wir noch Grüße schicken nach Hamburg an die schwer arbeitende Bevölkerung. Felix, Stefan, Alwin, die sind gerade Black Friday beschäftigt. Wir gewinnen für euch mit. Du bist ja der Ausbilder von den Jungs, ne? Ja, genau. Also, Grüße. Und für euch holen wir die 3 Punkte. Ja, genau. Ja, 27.000. Ausverkauftes Haus. Ich habe ja noch nie unten gestanden. Du? Nee. Das kann dauern. Es wird ein Kampf. Wir stehen noch hier. 10 Minuten noch. Wir haben ein bisschen Angst, dass wir doch nicht die Ausstellung und den Anpfiff mitbekommen. Einfach Sieg statt Himmel. Sieg statt Himmel. Wir sind schon drin. Seppi und Co. sind noch draußen. Ausstellung verpasst. Scheiß drauf. Die Hauptsache ist Hansa Forever mitbekommen. Dein Tipp heute? 2-0. Party, wie geht's? So, gut. Heute ist dann Party fällig. Hier spielt man auch Fußball mit Herz. Und nicht nur mit den Beinen. Ob in Freude oder in Schmerz. Wir wollen Hansa, wo es uns keinen ist. Hansa Forever und für Ewigkeit. Für den Kampf und ewig und auch bei den Stärken zähnend. Wir halten zusammen. Wir werden nicht untergehen. Hansa Forever und für die Ewigkeit. Wir werden nicht untergehen. L corpo auch. Ja, ausverkauft. Auf der Gästeblock. Zum Sieg. Alles für den Sieg. Mein Cousin Marc. Ja, hallo, hallo. Was sagst du? Heute blende Einschätzung. Wird schwierig, aber ich hoffe auf ein 2-1-Sieg. Oh ja. Aber wir schaffen das schon. Ja, Ausstellung blende ich euch einmal schnell ein. Einen haben wir leider verpasst. Bröger ist neu drin. Hüsing. Genau, Hüsing. Viererkette Pfandelwerk. Und bei Pauli. Ja, die haben gute Leute mit Hartl. Da muss man aufpassen. Irrwein. Von der Länderspielpause vielleicht noch ein bisschen erschöpft. Keine Ahnung. Saliakas. Ich blende es euch gerade ein. Ja, die sind nicht zu unterschätzen. Auch als Tansa-Fans muss man sagen, die spielen gerade stark. Aber wir sind hier heimstark gegen St. Pauli, ne? Genau. Dann wollen wir mal aufs Beste hoffen. Und los geht's. Scheiß St. Pauli! 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 Ich seh nix, Leute! Oh, da sind die hier, die Legenden! Auf geht's an der Wettbewerb zu siegen! Auf geht's an der Wettbewerb zu siegen! Joam! Weißt du, wen wir gesehen haben? Die Jungs aus Rusedom. Grüße, Andi. Jungs aus Rusedom. Im Rewe haben wir uns gesehen. Nein, geil, ist schwer. Ich hab noch Bock, Alter. Erst mit 2-1, ganz klar. Seppi hat's geschafft. Oh, die Choreo, die hat man leider in dem Rauch nicht so erkannt. In Plattenbau Rostock. Ja, Spiel ist unterbrochen gerade. Ja. No. Super. Wir warten. Ein schöner Freistoß. Den nehmen wir doch direkt. Oh, Rossi Ball! Und nachsetzen! Knapp! Der muss rein! Das kann doch nicht sein! Helfer! 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 Der muss erstmal rein! Wir hauen das Ding jetzt rein, Alter! Brumado! Ruhig Brumado! Bitte, ey! Oh mein Gott, Marc! Marc, das wäre der perfekte Start! Hau die Pelle rein! Hau die Pelle rein! Brumado vor Selesau! Ja! 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 Brumado! 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 Der Kloch, Alter! Raus, ja! Besser kannst du nicht laufen! Super Brumado, Junge! Darfst du nicht spielen lassen? Die sind sauer! Die sind sauer, weil ich ja so viel Platz! Nein, nein, nix an, nix an, oder? So viel Raum darfst du denen nicht geben als Tabellenführer. Oh, Mann, 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 Mann! Nicht verwalten, weiterspielen! Du musst weiterspielen, Junge! Kannst du nicht verwalten! Einfach das Ding nach Hause holen! Oh, meine Fresse! Sonntagsschuss! Warum geht da keiner rauf? Keiner rauf geht, Marc! Das kannst du keinem erzählen, Leute! Unnötig! Das ist ja nicht lange geil! Warum gehen die Sechser nicht mal ordentlich rauf da? Es kann doch auch nicht sein, dass wir immer so schnell diese Führungen vergeben und nicht halten! Und das geht weiter! Was ist so schlecht? Was ist so schlecht? Was ist so schlecht? Keiner geht rauf! Sprachlos! 1 zu 0 geführt! 1 zu 0 geführt! 1 zu 0 geführt! 1 zu 0 geführt! Innerhalb von zwei Minuten oder was! Auf geht's! Anster kämpfen und siegen! 1 zu 0 geführt! 1 zu 0 geführt! 2 zu 0 geführt! 2 zu 0 geführt! Über die Seite jedes Mal! Und alles frei! Wie immer! Die Frage ist, wie man jetzt ein Tor schießen soll! Und er kann wieder machen, was er will! Ist das zu glauben? Meine Bremse! So blöd kann man doch ehrlich nicht sein! Klaus? Klaus hat schon abgeschaltet! Ja, viel zu früh! Natürlich jetzt absolut belastend! Drei Gegentore! Gefühlt nach drei Torschüssen! Was soll das werden noch? Steht auf! Wer hier für unser seid! Steht auf! Und völlig von der Rolle! Ja! Völlig! Komplett verunsichert! Und wieder Rückruf! Ihr müsst uns wechseln! Ja, na klar! Ihr müsst wechseln! Vielleicht mal eine Möglichkeit! Ruhe spielen! Du hast noch Zeit! Du hast noch Zeit! Riffong ist ja gar nicht ins Spiel! 42. Minute! Komplett verunsichert! Oh! Volk! Volk ist da! Ja! Kein Zugriff, nix! Geht einfach gar nichts! Alles riskieren einfach! Alles riskieren und schießen! Alter! Immer am Ball durch! Wie hoch die Verteidiger stehen! Die wissen genau, wie einfach die Verteidiger sind! Da geht eh nix! Da geht eh nix! Da geht eh nix! Irgendwas geht gerade hinterm Stadion ab! Tja! Halbzeit! Da muss man sich hinterfragen, wie man nach einer Einzelführung drei Dinger direkt frisst! Hinten komplett unsicher ist! Und ja! Verdiente Führung! Einfach schwach! Moin Jungs! Schöne Grüße an der Hansa-Fans aus Altenburg! Denkst du, das war's schon? Ja, wenn er jetzt nicht wechselt... Du musst ein Zeichen setzen! Ich denke mal, wenn er jetzt nicht wechselt, geben wir 4-5-1 hier unter. Ansonsten muss er jetzt ein Zeichen setzen und drei Wechsel machen. Dann hoffe ich mal auf ein 3-3! Sieh nicht die Packung! Hauptsache, wir kriegen nicht die Packung! Max 3-3! Ich weiß nicht! 3-3! Wir hoffen auf 3-3! Wir können uns das sicher erklären! Wir werden es packen! Wunder gibt's immer wieder! Wenn du das nächste Mal sagst, dass ich Urlaub in den Philippinen mache, dann kriegst du alles! Also man sieht das ja, dass St. Pauli Erster ist und dass St. Pauli Erster sind. Würdest du sagen, Klassenunterschied gerade? Ja, hundertverständlich! Leider! Aber die Hoffnungstipp zuletzt? Mein Tipp ist 3-3! Schauen wir noch irgendwie! Und wenn nicht, dann gewinnen wir das nächste Spiel wieder, ne? Gegen! Karlsruhe! So! Die zweite Hälfte geht weiter! Was sagst du? Man führt halt 1-0 und dann geht's halt so weiter! Also, die Spiele haben kein Zufall! Muss eben was ändern, ne? Ja! Hat er nicht ausgewechselt? Er hat nicht einen Wechsel gemacht! Also, ich weiß nicht! Keine Ahnung! Ich weiß nicht! Jetzt sehen wir ein anderes Spiel als der Trainer! Ich hab keine Ahnung! Und wieder die Außen! Über den Außen, da geht heute alles! Wir sind jetzt hier! Wir sind jetzt hier! Wir sind jetzt hier! Wir sind hier! Immerhin ist lang, Scheiße! Immer! Immer! Meine Götter, wir kommen neue Ziele, auf die ganz normale Fahrt füllen. Und das ist meine Macht, erlaubt, was alles denn gilt. Oh, neues Jahr, neues Jahr. Hat sich überhaupt nichts geändert. Genau das gleiche Spiel wie in Halbzeit 1. 56 Minuten, die führen uns vor jetzt. Nur am Verteidigen. Freunde, was ist das hier mit dem? Meine Meinung ist, dass er wechseln muss. Das ist für mich eine Katastrophe. Wir haben jetzt schon die 60. Minute und es ist immer noch die gleiche Elf auf dem Feld. Meine Meinung ist, er muss zu 45 Minuten nach Halbzeit wechseln. Ich frage mich, warum er das nicht macht. Und für mich ist das eine Katastrophe. Rostow, Steller jetzt. Bisschen Kampf. Das ist gleich wieder weg, das ist gleich wieder weg. Und wieder nach hinten. Rostow, 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 Rostow. Guckt ihr das an, er kann 10 Jahre da hinten einfach rumstehen mit dem Ball. Und keiner geht rauf. Die stehen hier rum, als ob sie mit dem 3-1 zufrieden sind. Nach 64 Minuten. Erster Wechsel. Gol, Rostow, Rostow. Ja, 65 Minuten. Der kann sich beruhigen. Umstehen, da passiert nichts. Heute ist Ruhr angesagt. Ruhetag. Für 2-0! Aber als Baumsteiger Elvers ist hier 1. Guck mal die kämpfen und die hatten vor zwei Jahren noch Spieler in der 4. Liga. Und die können es auch. Warum können wir das nicht? Der erste Fehlpass zur Ecke. Ooy! Unsere Ecke jetzt mal! Jetzt die Ecke, jetzt die Ecke! Ooy! Wow! Und die Flanke sind nicht. Wir waren dran, aber sind gesightert. 3-3 wären jetzt verdient. Und jetzt gehts mal vielleicht! Und jetzt gehts mal! Der Versuch zählt! Ein Tor! Und es ist Feuer drin! Ein Tor und es ist Feuer drin! Komm! Und! Aber sie spielen sich ja nicht. Vielleicht schaffen wir noch den Anschluss und dann kann man hoffen. Aber... Anschluss muss ja irgendwann mal kommen. Jetzt oder nie! Gleich ist die Zeit vorbei! Ohhhh! 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 In letzter Sekunde! Schön! Soll mal über die aussehen! Ruhig! Foul! Ja! Ja! Wichtig! Elfer! Seppi! Ja, aber wir können auch nur Elfer! Egal! Elfer ist Elfer! Wenn der reingeht, dann ist hier noch mal alles drin! Elfer ist Go! Auf gehts! Unser Schießteil Tor! Schießteil Tor! Schießteil Tor! Schießteil Tor! Schießteil Tor! Du hast es aus dem Fuß! Zeppi! Komm! Der ist denn nicht! Da geht doch was! Komm jetzt! Da geht doch was! Komm jetzt! Da geht doch was von den Mann hier! Mach ihn! Und wir rasten aus! Buh! Mann! Oh! 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 Yeah! Oh! Aaaaah! Wir sind immer da! Wir sind immer da! Wir sind immer da! Weitermachen. 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 FC-A. Oh. 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 FC-A. Einer noch. Oh. 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 FC-A. Ey, jetzt nehmen wir vor. Egal. 80. Mark. Wir brauchen uns alles dran. Glauben wir jetzt. Ey, keine Ahnung. So unverdient die Scheiße, aber wir machen das jetzt. Bumano. 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 Cello. 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 Weißt du was fehlt? Ein dritter Elfer. Jetzt volle Offensive. Alles nach vorne. Pass mal auf jetzt. Die schwirmen jetzt. Ferreira. Geh. Da muss einer stehen. Zu weit vor, ehrlich. Weil sie zu weit vor geht. Abgehängt. Ab geht die Party. Ab geht die Party. Befehl. Jawohl. Ruhig. Ja. Ah. Ah. Ja. Nein. Nein. Ja. Ich hatte es auf der Zunge, Leute. Das Tor. Es war doch schon da. Unsere Heimat! Unsere Liebe! Unsere Farbe! Aber schon, 1915, 1915! Pauli durchgehen am Zünden! Gelatter, gelatter, gelatter! Und, schön, jetzt! Nein, nein, nein! Der muss da rein, oder was? Das war's! Der muss rein, der muss jetzt! Schumacher! Schumacher, mach dich mit den Spannungen aus! Wie weiß die ganze Zeit! Der muss Schumacher mit Ausrüst machen! Der hat so viel Zeit da! 10 Minuten! Genug Zeit, genug Zeit! Und ab, und ab! Sink! Ja, genau! Sieht da, sieht da, sieht da! Die Flanke! So weit! Kolke nach vorne! Die letzte Chance, das wird sie sein! Auf geht's, Sansa, schießt ein Tor! Schießt ein Tor! Schießt ein Tor! Der muss ja doch lang spielen! Was machst du denn? Egal, ist gut, ist gut! Ist gut! Der ist Kolke! Und... Das war's! Das war's! Wir verlieren! 3 zu 2! Warum geht's nach dem Elber? Mit dem Kampf? Kann ich euch nicht erklären! Hau rein, wir sehen uns! Deine abschließenden Worte? Ja, wenn man erst auf der 70. Minute anfängt Fußball zu spielen, ne? So sah's ja gut aus! Danach war's gut, aber davor war's katastrophal! 10 Minuten reicht mir nicht! Gucken wir mal, was nächste Woche in Karlsruhe so geht! Das Stadionkind von heute! Joke! Ja! Und du darfst gleich noch die Pressekonferenz hier anschauen, ne? Was ist so dein Fazit vom Spiel? Äh... Ich hatte eigentlich 3-1 gezifft, aber dann ist nichts draus geworden! Ja, wir waren noch dran! Schumacher im letzten Moment! Aber gut, nächstes Spiel! Ja! Da gewinnen wir wieder! Aber cool! Und wie war das Erlebnis so? Auf dem Feld? Gut! Hat Spaß gemacht! Wir sehen uns! Danke für Schalke! Bis wieder dabei! Ja! Kann auch sein, dass ich auf der Nord bin! Hauptsache im Stadion! Ich hab leider nichts zu Hessen! Hallo! Blöd gelaufen! Aber... Wenn man ehrlich ist... Hat man nichts anderes erwartet! Und am Ende noch gehofft! Positive Energie! Genau! So wenig Lust, wie die Mannschaft von Minute 10 bis Minute 75 auf dem Spielfeld gezeigt hat, so wenig Bock habe ich aufs Fazit! Das war eine Einstellungssache, dass man das Fußballspielen nach der 1-0-Führung einfach komplett eingestellt hat, ist unfassbar! Natürlich war das ein starker Gegner, der uns überlegen war, ein eindeutiger Klassenunterschied! Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn es zur Pause 4-5-1 steht! Und nach der Pause dann ohne Wechsel reinzugehen, wo man eigentlich gesehen hat, dass überhaupt nichts zusammenläuft! Keine Pässe ankommen! Man hätte sich viel schlauer anstellen müssen! Hatte die Führung! Gut! Wenn du in der Pressekonferenz sagst, dass das ein ganz normales Zweitligaspiel ist! Das ist es nicht gegen Pauli! Dann kann man sich vorstellen, wie der Trainer die Mannschaft eingestellt hat! Eigentlich muss es von jedem Spieler selber kommen, dass das für die Fans was ganz Besonderes ist! Und dann sowas abzuliefern, fragwürdig! Ab der 75. Minute lief es dann besser! Aber auch nur, weil Pauli abgewartet hat und uns kommen lassen hat! Immer nur ein paar Minuten, wo man sich voll reinhängt! Das musste über 90 Minuten bringen! Keinen einzigen Gegner konnten wir bisher in die Schranken weisen, spielerisch den Verein unterlegen! Und ich habe ein bisschen Angst, was da so in den kommenden Wochen passiert! Karlsruhe wartet nächste Woche! Die sind genauso unten drin! Schalke, richtungsweisende Begegnungen! Ganz ehrlich, ich sehe uns aktuell leistungstechnisch auf dem 16. Tabellenplatz! Und diese zwei Riesenchancen, einmal Brumado, Schumacher, eine muss doch einfach nur sitzen! Und dann hätten wir noch das Unmögliche möglich gemacht! Fehlt halt dann auch irgendwie die Konsequenz vorm Tor! Mehr will ich gar nicht mehr sagen! Pauli verdient gewonnen! Und wir müssen uns überlegen, wie es weitergeht mit dem Trainer, ohne den Trainer! Warten wir ab bis zur Winterpause! Was dann in den nächsten Spielen noch zählbares rumkommt! Und wir vielleicht mal ein bisschen mehr Fußball sehen! Danke trotzdem an jeden, der sich das Video gegeben hat! Für einen Daumen nach oben! Haut gerne alles unten in die Kommentare! Eure Einschätzung! Wo seht ihr unseren FC Hansa gerade? Bleibt stabil! Haut rein! Bis nächste Woche! Mein Onkel kommt dann wieder mit! Und vielleicht geht ja was! Also, haut rein! Also, haut rein!